Heute zeige ich euch, wie man am besten Handstand lernt. Also es wird am besten erst mal anfangen mit dem Bauch zur Wand. Wenn man das so drauf hat, dann mit dem Rücken zur Wand. Dann immer schön auf seine Position zu atmen. Dann mal die Beine weg, wieder dran, wieder weg. Dann wieder runter. Und wenn man es dann irgendwann drauf hat, dann das mal mit der Hilfestellung machen. Und immer schön auf seine Position machen. Und wenn man es dann geschafft hat, dann wird es uns ein Ziel erleichtert und kann dann mal Handstand haben. Dann zurück. Dann die Beine. Dann weg.